keine ahnung die tür einführt ja ich weiß ich bin vorhin auch schon ist nichts neues mittlerweile da kommt er lebt doch wie viel leser schwerte kannst du aus einkassieren ja für den typen daheim ist in ordnung na na nix du frisst mich nicht ein so hey voll daneben voll getroffen nein nein jetzt habe ich dich jetzt ist es aus mit dir so dämlicher gefrierschrank so ok was mache ich jetzt mit dieser wand hier einfach ein paar angriffen gutes also wo sind wir denn da jabber der hat alles klar als holo ein schlimmeres holo gibt es nicht ähm nein ihr seid gegrüßt äh 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 hier bin ich hier bin ich ja genau da nimmt man halt einfach die bahn äh irgendwie passt es von der physik nicht ich meine die bahn ist voll schnell wir können diese teilweite hier nochmal fliegen irgendwie müsste das ja auch schwindigkeitsmäßig äh anders aussehen so aber irgendwie ach egal ach warte der muss jetzt die bahn beschützen oder was nicht die bahn zerstören die bahn hat eh schon verspätung oh oh was schindebär du hast ein loch in deinem flugzeug stört du das nicht das stört du nicht dass der da ein loch in seinem cockpit hat so die bahn ist gleich weg ne so jetzt hab ich dich jetzt ja ich hab ihn knapper kann man das nicht machen okay sehr schön alles klar oh man das dritte geht noch weiter dann seid gegrüßt die ganze macht des imperiums steht dir zur verfügung geht jetzt auf oder ihr werdet kann nicht he he ich hab ihm seinen schockteil geklaut alles klar alles klar wieder zu rein zum männchen mach ihn fertig okay du willst geschockt werden kein problem okay machen wir erstmal diese flugstüten weg da so alles klar alles klar äh boah das seid ja aber das seid ja aber einmal aufmachen so ok ah sniper eklig pfui pfui nichts weg hier oh gott nein nicht so einer das ist immer die sniper lieber als dieser typ da oh 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 ach man kann ich nicht mal meine ruhe immer muss ich hier gegen mich ja ich bin so alt für dieses spiel ich merke es schon diese action viel zu viel action ist zu viel für mich der chat pack dreht durch ok nächster abschnitt irgendwie kann ich dafür nicht mehr ernst nehmen weil immer irgendwas bedrohlich ist jetzt von sich gibt leute ihr seid so nervig weg mit euch hier hier ich versuche mit gegen eure kollegen zu kämpfen gegen dieses kleinviech da kann ich euch nicht gebrauchen und dich auch nicht ich meine nicht dich sondern dichter was machst du eigentlich egal so ich darf mehr kommt ja gut man muss also ich glaube ihr solltet ein bisschen an eurer chat pack hardware arbeiten weil die dänen dauern irgendwie durch ja ja drecksniper wie komme ich da rüber ich glaube da komme ich gar nicht rüber ich muss die irgendwie wie komme ich darüber ach da halten leer schwer bevor ich angeschossen werde dankeschön ok jetzt rüber jetzt reicht jetzt war ich fertig ihr sniper gesündelt hier hier weg wir euch ach noch zwei von denen also ob eine nicht schon schlimm genug ist nein jetzt sind es zwei du lebst doch also behalte dich auch so alles klar also wenn sich beide gleichzeitig treffen dann war es das ja dann kann ich nichts mehr machen dann bin ich einfach nur ein eisblock da man dann machen wir zuerst den weg da hat sein kollegen eingefroren ist es lustig nein das ist nicht lustig wenn er auf mich schlägt ja kommt wir ihn weiter ein mach ihn zu einem eisroboter ja genau führt euch gegenseitig ein doch nicht so doch nicht so nein 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 Wie komme ich da jetzt? Ah, so kann ich aus. Ich muss eh drücken, okay. Hä? Was war das jetzt? Was hat er da? Ach so, bis da. Leer. Nein. 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 Warum sind hier wieder solche kleinen Viecher hier? Ich gehe einfach. So, einfach auf keinen Viech. Ja, ich bin auf der Flucht. Weil ihr so nervig seid. Ja, danke, dass du deine Kollegen einfrierst. So ist es mir lieber. Arbeiten wir zusammen. So. Du gibst mir die Eisdinger und ich friere deine Kollegen ein. Ah, fuck. Ja. Jetzt hat er sein Schild schon mal weg. Kein schöner Ort, um zu kämpfen. Mitten auf dieser Brücke hier. Ja. Ah ja, man kann ihn auch mit so einem Quick-Time-Event besiegen. Ah ja, ist klar. Gut zu wissen. Okay, jetzt aber. Ah. So, hallo. Irgendwie kommt mir die Sorte bekannt vor. Hier war ich doch schon mal. Begone. Ah, da hinten ist das Raumschiff. Ich habe das Raumschiff gefunden. Ich kann das Ende nicht am Ende des Dschungels-Tunnels sehen. Ah ja, so nah snipen. Alles klar. Ach Gott. Äh. Ja, ich weiß, dass ich da einen Machtschub machen muss. Aber erstmal will ich hier das Ungeziefer beseitigen. So. Okay. Och nö. Ich gehe gleich wieder. Dieser Schild-Typ ist... Ja, der soll die ganzen Leute hier einfrieren. Weg. So. Äh. Wenn ich den Schild schon habe, dann nehme ich ihm gleich den Schild. So. Ähm. Äh. Ungeziefer. Ungeziefer. So. Sniper. Ah. Pfui. Puh. Oh Gott, wenn der mich da jetzt runterschleutert von der Brücke, dann... Dann bin ich mad. Oh Gott.